Raumstation am Kontrollzentrum. Visuelle Bestätigung von Marsrover Pilgrim. Ich sehe ihn. Er wird dich treffen. Nein, wird er nicht. Doch, wird er. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Sag dem Ausschuss, Ihre Probe ist sicher und unversehrt. Von Jahr zu Jahr nimmt die Wahrscheinlichkeit außerirdischen Lebens unserer Einschätzung nach zu. Immer mehr Wissenschaftler glauben, dass der Kontakt nicht mehr jenseits unserer Träume liegt. Sondern ein Ereignis in der Geschichte der Menschheit ist, das womöglich innerhalb der Lebensdauer von vielen von uns auftreten wird. Seit 20 Jahren befinden sich auf dem Marsrover. Ich frage mich, was dieser hier gefunden hat. Diese Probe ist ein riesiger Einzeller. Eindeutig biologischer Natur. Der erste unwiderlegbare Beweis für ein Leben außerhalb der Erde. Ich bin endlich Dädi geworden. Das wird ein Riesensorgerechtstreit. Es ist wunderschön. Die Art und Weise, wie wir zum ersten Mal auf Leben außerhalb der Erde stoßen, könnte all unsere nachfolgenden Beziehungen festlegen. Wir dürfen niemals die fatalen Auswirkungen vergessen, die wir auf unzählige Völker dieser Erde gehabt haben. Menschen, die uns vertraut haben. Die uns verteidigt haben. Und die wir durch unsere Gedankenlosigkeit zerstört haben. Das Leben, das wir kennen. Wir wissen nicht, wo sich die Probe gerade befindet. Wir wissen nicht, was es ist. Wenn das hier jemals auf die Erde gelangt, erst kennen wir das gesamte menschliche Leben. Wir verlassen die Umlaufbahn. Du weißt nicht, was es tun kann. Das Leben, das wir kennen. Das Leben, das wir kennen. Vielleicht müssen wir genau dort ansetzen. Bei uns selbst.